So, ich werde aber als erstes die inneren Weggarten, da steht schon wieder eine. Okay. Die Öfen laufen auf Hochtour. Gibt es das? So, ups. Wie schaut es mit dem aus? So, das war es klar. Sehr schön. Kann ich brauchen. Und machen wir auch gleich wieder. Ah, die steht nochmal oder was? So, aber jetzt. So, was wird der eigentlich? Ah ja, ich würde mal Dings machen. Ich wollte mir machen... Steel Pickaxe. Ja. Zwei, ne? Am besten. Ja, bitte. Wir werden sie brauchen. Hm. Oh, ich hatte da ein bisschen... Ich sehe... Ja... Okay. Nix dabei. Die Verwurschtel, die... Die... Verwurschtel dich... die Verwurschtel dich... Die, die... activiert sich... ... ... ... Ok, ich bin am Weg. Was die hat mich gesehen? Oh nein, da ist noch keiner. Ah ja. Komm schon. Und noch eine. Ja, gratuliere. Ok, ich habe gerade keine Ahnung wo. Aber ich glaube das ist eh schon wurscht. Ach. 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 Okay, Zappel, Philipp. Im Deckel, keine Achtung. Hinter dir steht er auf. Oh, der lebt noch. Ich krieg's. So, jetzt sind wir noch ein bisschen dicken. Fall doch, du dickes Ding! Das war super daneben. Ist auch erledigt. Okay. Ist noch wo? Na, ich glaub das waren soll er. Ah ja. Die dritte Schreierin hat mich weggeputzt herunterkommen. So. So. So, da hab ich schon geguckt. So. 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 Was auch außerhalb der Aufnahme passiert ist, ich hab da schon mal die verbrannte Erde ausgetauscht und man sieht, dass da das Gras wächst. Einfach mal auszuprobieren, wie das ausschaut. Und es wirkt ganz gut. Ja, ich bin auch schon gespannt, wenn da Bäume... Also da nahe am Haus werden wir ja keine Bäume pflanzen, aber wenn wir etwas weiter wegkommen, dann werden wir diese Grünflächen und die Bäume... Dann werden wir alles kontrollieren. So... Ah, mit der 500 da geht das schon ganz gut. Mhm. Irgendwo knistern wir da, oder? Na ja, ganz drüben. Bei den ersten beiden Rampen. Ja. Die andere. Ich finde ja mittlerweile sogar sehr angenehm, wie die hört man so schön werden. Genau, die melden Sie gerne. Bevor sie einen sehen, wird man sie eben schön lange vorne da drüben sagen. Ich kreische und dann sind da unangenehmer. Jep. Ich darf sie da fleißend so hinterher und dann... Guuuut. Holz brauchen wir dann auch wieder. Okay, ja. Da rühre ich das eigentlich ganz schön. Ja, das ist ein Öfen, das geht so gut. Vielleicht könnte zwei Töner da ums Eck fangen. Ums Eck, ums Eck fangen. Die wollen meine Bäume. Oh, oh. Okay. Ah, da rühre ich mich. Nein! Du! Ah! Abschloch! Mein Gott, nein, diese Luftschüsse. Oh, sie kommen schon. Ah, ich hab keine Bolzen mehr. Scheiße! Okay, die ist alle entdeckt. Ich muss dich kurz allein lassen. Ich hab keine Bolzen mehr. Jaja, okay. Irgendwo gibt's einen Spucker, glaub ich. Nein. Nur ein dicker. Ich hab ja nicht mehr. Ich hab keine Begezwungen mehr. Ich hab noch keine Bolzen mehr. Ah. Da, das ist einfach feile. Wie kann ich par die Schlagzeug? Jetzt liegt da. Doch. Okay, jetzt. Ich hatte doch nicht mehr hier. In der mittleren Kiste müssten einige kommen. Ja, habe ich schon rausgekommen, danke. So. Ah, da ist noch eine. Das ist schön, da steht da. Hm, Honig. Nice. Ups, da ist runter. Okay. Gut. Werden die ja wieder erlegt. Und weitermachen. Ja. Da hat der. So. Okay. Okay. Na bitte. Das war ich. Ja Gott, das Licht. Der hat vor sich nicht gemistert. Hm. Ah, ich seh den. Ich seh dich da drüben. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Achtung. Da an der Rampe, die wir gerade abbauen, ist gerade vorbeigegangen. Jetzt bewegt er sich da. Richtig. Voll runter. Nein, Gottliebe. Ja. Da. Runter. Runter gefallen. Fast. Fast. Und du knistert mich, wenn man gleich sitzt. Das ist es. Das macht mich etwas nervös. Aber ich könnte die andere Seite eigentlich schon aufrüsten. Kannst du schon, ja. Okay. Du musst halt aufpassen, dass du dich nicht piekst. Ja. Ja. Alter, nur so viel. Nee. Ach. Ich. Ui. So. Vorrichtung. Norden ist gerade ein Gebäude drin. Schreierin. Okay. Die sind sofort rauf. Okay. Irgendwo lag sie da. Die nervt, die nervt. Die nervt. Die nervt. Die. Mh. Die Läste. Ja. Ihr wird etwas drauf. Bei uns, wie es immer ist, ein 3er-Water geht. Und jetzt noch etwas zu erwarten, ein 3er-Water. Unbeaut. Ein ganz großes. Ja. Das freu ich mich schon. Ah, da oben. Siehst du das? Ja. Kannst du dir eine knallen, bitte? Und ruhig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die wirklich erledigt habe, aber sie ist umgefallen. Ich bin mir nicht sicher. Oh, sieh jetzt siehlt. Pust. Passt. Das ist das. Das ist das. So, die Seite ist gleich fertig. Okay, ich höre sie. Das ist mir jetzt irgendwie gewischt. Mal gucken, ob die drei fertig sind. Hm. Sehr schön, ich komme wieder zu dir. Ah, ich habe da jetzt Sachen aufgenommen, die ich auch nicht wollte. Was zeigt er, das brauche ich, wo ist es nicht. Moment, das ist der nächste Moment. So. Wo denn, bitte. Boah, bitte. Da hört sich sehr nah. Hm. Ah, ich glaube, sie hat einen Weg aus dem Gebäude gefunden und steht jetzt da am Abgrund. Ah, ja. Schießt du? Ja. Sehr schön, dann mache ich da weiter. Und unten. Da ist aber noch einer. Da ist noch wo einer. Da ist noch wo einer. Da ist noch ein Gerichtsgebäude. Da ist noch ein Gerichtsgebäude. Hm. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Oh, hunde. Hintertie. Oh, oh. Oh, schrecklich. Ja, da ist noch einer. Oh, oh, ich bin's gleich. Scheiße, ich habe ein Pluto und da habe keine Verbände herausgekommen. Ja, ach Gott. Tag 20, ein Horror-Tag. Komm her, Hundy, komm her, er hat mich verloren, bist runtergefallen. Ich konnte ja einiges erledigen, aber pass nur auf, dass den Rucksack nicht zerlegt, weil dann ist das alles weg, also dass du nicht drauf hast. Ja, ja. So, das dauert jetzt wieder ewig. Okay. Ach so, wir haben ja die Rücken noch kaputt. Ah ja, da ist genau eine Spielstunde Zeit. Scheißdreck. Puh. Was hol ich denn, außer nix, nix. Ist die Rücken nicht... Nein, wir haben da ja Rücken nämlich auch keine Waffen oder irgendwas. Soll ich mitnehmen, deinen Rucksack? Ja, wenn du es aufnehmen kannst, dann nimm es mit, bitte. Okay. 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 Diese scheiß Hundergruppen, die wir jetzt plötzlich haben. Okay. Ich komme mir so nackt vor, ohne Waffen. Ich habe in den Rucksack einiges reingelegt. Ich habe nicht alles aufnehmen können, aber deine Waffen habe ich. Du hast den Rucksack einiges reingelegt. Ja, ich verstehe es nicht. In den Rucksack... Ja, ich habe deine Waffen rausgenommen und in den Rucksack Müll reingelegt. Ach so. Okay. Das, was ich nicht wirklich unbedingt brauche. So, ich gehe da mal rein und werde alles verstauen. Das wird knapp. Ja, ja. Wo? Über mir. So, ich werde aber trotzdem auf direktem Weg da weiter. Ja. Brücke ist unten, ich warte auf dich. So, ich nehme mal an, die Hündchen sind alle. Ich habe... Die Kreischerin ist da schon wieder an der Hausmauer. Ja, komm rauf. So. Habe ich da jetzt noch irgendwas zu mitnehmen? Ah, da ist der Rucksack. So. So, ich glaube, das habe ich alles aufnehmen können, was da drin war. Okay, dann komm. So. So. Ich habe hier... Rüstung. Eine Kiste mit Rüstung angelegt. Dann lege ich da alles rein. Jupp. So, Moment. Das war noch deinster Klau-Hemmer, ja. Zum Metall-Frames. Ja. Habe ich drin. Super. Sollte alles da sein. Gut. Ja. Fehlt was? Weiß ich noch nicht. Ich muss gerade aus. Ich räume gerade aus, damit ich das reinbringe. Nein. So. Mhm. Mhm. Wenn das hinkehrt, das geht wahrscheinlich da rein. So. Das ist ein Geruckel. Wirklich? Bei mir nicht? Nein. Extrem. Aber ich habe heute schon hier solche Probleme gehabt. Darum glänzt sie. Ich könnte aber in der Zwischenzeit mit dem Dachgarten beginnen. des Nächten. So. Jetzt hast du 300 mal. Ach so, dann plötzlich sind wir die 9mm-Patronen. Das ist eh meins. Aber ich leg die steinigste da rein. Mhm. Und jetzt weiß. Ein Viertel von mir, wenn das maximal eine Kante von mir gewesen sei. So. Ein Viertel von mir. Dann habe ich da ein Schöne gestartet. Ah, Viertelizer. Hier. Irgendwo haben wir... Hm. Ja, die Geräusche sind so toll. Das ist ein zerstörter Stein. Ja, das ist zum Ausbissern. Habe ich den genommen. Wo ist die Gartenhau? Wo ist die Gartenhau? Naja. Wie dem mag es sein. Die Folge ist um. Ich hoffe es hat euch gefallen. Schaut wieder rein. Da rein hoch. Und bis Tag 21. Tschüss. Tschüss.